Hallo, hier ist Christian Konrad mit einer Zuschauerfrage. Immer wieder mal werde ich gefragt, ob ich Leuten empfehlen würde, Musik zu studieren oder nicht. Also, wie du vielleicht weißt, ich habe ein paar Jahre an der Musikhochschule Gitarre studiert und vor dem Hintergrund fragen mich dann immer wieder Leute, ob ich das weiterempfehlen würde. Tja, und da gibt es einfach ein paar verschiedene Gesichtspunkte, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte, bevor man diese Entscheidung trifft. Erster Punkt ist, was habe ich überhaupt für Voraussetzungen, sollte man sich fragen, für ein Studium. Eine Sache, die immer wieder genannt wird, gerade von Leuten, die nicht so viel Ahnung davon haben, ist, dass man unheimlich talentiert sein muss, um ein Instrument amtlich zu spielen oder das zum Beruf zu machen. Was ist denn Talent überhaupt? Dass jemand sich schnell die Dinge merken kann vielleicht. Und das war bei mir überhaupt nicht gegeben. Ich habe immer relativ lange gebraucht, um etwas Neues zu lernen. Das ist auch heute noch so. Aber es war eben der Wille da, viel zu arbeiten für mein Ziel. Und so habe ich eben auch für das Musikstudium im Vorfeld eine ganze Weile viel gearbeitet, viel geübt. Wenn man damit kein Problem hat, ist Talent bestimmt nicht das Hauptkriterium. Andererseits gibt es auch immer wieder mal Leute, die denken, sie möchten gerne Gitarre studieren. Und die sind einfach noch überhaupt nicht so weit. Also wer mit den Grundhandgriffen noch zu kämpfen hat, für den ist es vielleicht wirklich einfach noch zu früh. Das kann man aber selbst meistens schlecht beurteilen. Da würde ich empfehlen, zur Einschätzung, dass man mal bei jemandem eine Unterrichtsstunde nimmt, der vielleicht selbst Gitarre studiert hat oder ein anderes Instrument. Ich erzähle es jetzt halt immer nur für Gitarre, weil es mein Instrument ist, aber es gilt glaube ich für andere Instrumente genauso. Man könnte also eine Unterrichtsstunde nehmen beim Profi, der weiß worum es geht, der einem dann sagen kann, ja, mach das. Oder der vielleicht auch sagt, es ist noch nicht so weit. Erstmal musst du das und das und das noch lernen vielleicht. Es ist ja auch so, dass man nicht einfach an einer Musikhochschule jetzt sagen kann, Hallo, hier bin ich. Ich schreibe mich ein für das Studium, sondern man muss eine Aufnahmeprüfung absolvieren, dass die Leute, die eben schon entsprechend weit sind, ausgewählt werden von der Prüfungskommission dort. Als ich angefangen habe, sagte man mir, es bewerben sich an einer Hochschule im Jahr 20 bis 30 Leute und einer bis zwei werden genommen. Das wusste ich zum Glück über ein Jahr vorher. Dementsprechend muss man eben sehr viel arbeiten im Vorfeld und so gut sein wie möglich. Ja, jetzt soll es ja aber vorwiegend um die Frage gehen, ob man das überhaupt anstreben sollte, so ein Studium. Und ein Kriterium ist dabei die Lehrerwahl. Im Studium ist es so, wenn du dich jetzt an einer Musikhochschule bewirbst und dann angenommen wirst, dann musst du mit den Lehrern auch auskommen, die dort sind. Also das wäre der Nachteil der Hochschule. Man muss die Lehrer nehmen, die dort sind. Privat könntest du natürlich Unterricht nehmen jederzeit bei jedem Lehrer, der dir einfällt oder den du gut findest. Allerdings könnte man auch sagen, an der Hochschule gibt es den Unterricht kostenlos. Privatstunden muss man bezahlen. Wenn du dich voll und ganz auf das Gitarrenspiel konzentrieren willst und damit voranzukommen, dann ist so ein Hochschulstudium meiner Erfahrung nach nicht besonders effizient, weil da gibt es einfach ganz viele andere Fächer, für die man auch was tun muss. Und bei mir waren das zum Beispiel Musikgeschichte, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, gehört aber mit zum Gesamtpaket. Also man muss ganz viele Dinge zwangsläufig mitmachen und man hat oft kaum Zeit für das Instrument, für das, was man eigentlich wollte. Da sind die Leute im Vorteil, die sagen, ich bilde mich einfach privat weiter. Ich mache nur das, was ich für richtig halte. Ich nehme einfach Unterricht bei einem guten Lehrer und den anderen Kram schenke ich mir. Also um einfach möglichst schnell ein guter Gitarrist zu werden, würde ich dir empfehlen, Privatunterricht zu nehmen. Da ist das Studium vielleicht nicht die erste Wahl. Aber du hast eben eine relativ breite Bildung durch die Hochschule und lernst manchmal auch was von Fächern, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass sie dir nützlich sind. So habe ich zum Beispiel im Fach Tonsatz auch darüber gelernt, welche Akkorde gut klingen, Stimmführung in Gitarrenakkorden und sowas. Da wäre ich anders nie drauf gekommen. Der größte Vorteil eines Musikhochschulstudiums sind meines Erachtens die Kontakte, die man knüpfen kann. Also du lernst viele Kollegen kennen natürlich. Du wächst ein bisschen rein in die Musikszene vor Ort, wirst vielleicht auch den ein oder anderen Job dann bekommen über deine Musikhochschulkontakte. Aber andererseits kenne ich auch Leute, die das anders gemacht haben, die nicht studiert haben oder nicht angenommen wurden, die einfach jeden Mittag sich in die Hochschulmensa gesetzt haben zum Mittagessen und haben einfach Leute angequatscht. Und so kann man auch Kontakte knüpfen, wenn man der Typ dazu ist. Aber prinzipiell kann man schon sagen, eine Musikhochschule ist eine gute Kontaktbörse für musikalische und damit auch später berufliche Kontakte. Für manche Musiker ist es motivierend, sich mit anderen vergleichen zu können. Für mich war das ein bisschen so. Ich war erst mal ein bisschen überfordert an der Musikhochschule, weil ich gesehen habe, es gibt Leute, die viel besser sind als ich. Aber es hat mich dann auch motiviert zu sehen, das Level ist so und so hoch. Um da auch gefragt zu sein als Gitarrist, muss ich verdammt viel tun. Das wäre ja im Selbststudium oder jetzt nur beim Unterricht nehmen irgendwo, hätte ich nicht die Vergleichsmöglichkeit gehabt mit anderen Musikern. Das hat mich motiviert, auch selbst besser werden zu wollen. Das wäre also auf jeden Fall ein Punkt, der für das Studium an der Hochschule spricht. Mit den Berufsaussichten war das bei mir so, dass ich mir vorgestellt hatte, man durchläuft jetzt ein Studium vier Jahre lang und danach bekommt man berufliche Optionen serviert auf dem Silbertablett. Ich dachte, dann ist man abgesichert, hat dann automatisch gute Jobs und kann davon leben. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also ich habe dann miterlebt, ganz viele Leute das Studium absolviert haben, haben ihr Diplom gemacht. Damals war das noch ein Diplom, heute ist es glaube ich mit Bachelor und Master. Und dann passiert da erstmal gar nichts. Also die Musikhochschule ist schon eine Welt für sich, die mit dem Geldverdienen, mit diesem Aspekt nicht unbedingt viel zu tun hat. Also das habe ich für mich alleine dann lernen müssen oder von dem einen oder anderen älteren Kollegen. Wie man es schafft, auch seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, das hat mir die Musikhochschule überhaupt nicht beigebracht. Und es gibt auch nicht wenige Musiker, die relativ arm sind, obwohl sie ein Studium abgeschlossen haben. Dazu kann ich nur sagen, ich habe mein Studium am Ende nicht abgeschlossen. Bei mir war es so, dass ich am Ende ein vergleichsweise gutes Angebot bekommen habe, in eine Band einzusteigen, mit der Band viel zu spielen und damit für meine Verhältnisse auch viel Geld zu verdienen. Ich habe das dann einfach einschlafen lassen, weil ich gemerkt habe, es interessiert bei den Musikern eigentlich niemanden, ob du einen Abschluss hast oder nicht. Dann werde ich immer wieder mal gefragt, was hältst du von solchen Privatakademien oder Privatschulen, die ein Profistudium anbieten. Manchmal heißt es auch sogar Profistudium mit Diplom. Meiner Erfahrung nach ist das nicht sehr wertvoll. Das kann natürlich immer sein an jeder Schule, dass du Glück hast und dort auch ein toller Lehrer dich unterrichtet. Aber die wollen vor allem Geld verdienen natürlich. Ich weiß noch, als ich bei meinem ersten Gitarrenlehrer im Unterricht war, hat der mir erzählt, dass er auch an so einer Privatschule sein erstes Studium gemacht hat, bevor er dann an der Hochschule angenommen wurde und hat gesagt, die nehmen jeden, der zwei, drei Jahre Gitarre gespielt hat. Also das heißt zwar Profistudium, aber das ist also nicht zu vergleichen mit dem Studium jetzt an der Musikhochschule. Und diese Schulen leben natürlich davon, den Leuten ein bisschen auch vorzugaukeln, dass man danach was in der Hand hat, nämlich dieses Diplom dieser Schule und dass einem damit dann alle Türen offen stehen. Fazit, eigentlich würde ich es nicht empfehlen, ein Musikstudium aufzunehmen. Wenn es um musikalisches Handwerkszeug geht, das kann man sich auf dem privaten Weg einfacher aneignen und schneller, ohne dass man gezwungen ist, irgendwelche Pflichtveranstaltungen nebenbei auch noch zu besuchen. Das Beste ist, was es zu meiner Anfangszeit noch nicht gab, es gibt ja heutzutage auch oftmals die Gelegenheit, bei deinen Gitarrenvorbildern Unterricht zu nehmen. Sei es über Skype oder ganz viele bieten mittlerweile auch Online-Kurse an, wie ich ja auch, wie du weißt. Also auch die größten Stars aus New York oder wo auch immer die herkommen, haben oftmals heutzutage Videokurse über diverse Plattformen. Das kann man alles rausfinden im Internet und man kann damit Unterricht nehmen bei den allerbesten Leuten, eben in Videoformen oder Privatstunden über Skype. Damit ist es natürlich auch eine tolle Gelegenheit, sich bei verschiedenen Leuten Input zu holen, während man ja im Studium meistens über längere Zeit an einen Lehrer gebunden ist, der einfach dort die Stelle hat und der ist ja nicht verhandelbar. Also das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Das ist einfach nur meine Meinung, wenn ich zurückschaue, was ich heute vielleicht anders machen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach in eine Stadt ziehen mit großer Musikszene und mich dort einbringen, zu irgendwelchen Sessions gehen, Spiegeln, Kontakte knüpfen und Privatunterricht nehmen bei den besten Leuten, die ich finden kann, sei es vor Ort oder eben weltweit über Online-Unterrichtsstunden. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen im Moment. Wenn du noch was zu ergänzen hast oder eine Frage hast, dann freue ich mich wie immer auch über einen Kommentar unter dem Video. Wenn dir das Video was gebracht hat, gib mir doch bitte den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Schau dir ruhig auch mal meine Online-Videokurse an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und hier im Video. Das war es von mir für heute. Bis bald. Das war es von mir für heute.